Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch mal was, was ihr noch nie gesehen habt. Und zwar handelt es sich um die Stollen von einem lieben, netten, jungen Mann entwickelt. Der Gute heißt Eckert. Er hat auch diesen ganz tollen Ständer konstruiert, aber was das Neueste, Innovativste ist, es handelt sich hier um Magnetstollen. Letztes Wochenende in Weinsberg im Late-Andrehead ist es das erste Mal dabei. Die Sache ist jetzt auch patentiert, da können wir sie auch öffentlich präsentieren, damit nicht ein Böser auf die Idee kommt, das nachzumachen. Wir haben hier ein neuartiges Stollensystem. Man macht nur mit einem Achterbohrer ein Loch ins Hufeisen. Der Bohrer wird im Stollenkoffer schon mitgeliefert, damit keiner von euren Hubschmieden sagen kann, ich habe nicht den passenden Bohrer, ich kann es nicht reinmachen. Die Stollen sind hier absolut nur mit Magnet drin, werden herausgenommen wie mit einem Löffel. Das einzige, was hier ist, ist ein Achterloch ohne Gewinde. Dazu haben wir einen speziellen Reiniger und zwar nur mit einem Stück von Membohrer, also kein elendes Gewindereinigen mehr. Die Stollen werden einfach angesetzt, klick und sind drin. Kein normaler Mensch kriegt dieses Stollen von Hand wieder raus. Das ist unmöglich. Ein Jahr wurden sie getestet, es wird kein Stollen verloren. Es gibt drei verschiedene Längen Stollen. Das hier ist der kürzeste und dann mittel und lang. Vielleicht gibt es auch mal mehr, im Moment haben wir das im Angebot. Es ist sehr frauenfreundlich, es funktioniert wunderbar. Seht ihr hier, es ist eine super Innovation. Ich freue mich auf euer Feedback und eure Kommentare, mich begeistert. Tschüss!